Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 28. Mai Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Hesekiel 36, Verses 26 und 27 Einer meiner Freunde hatte seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Darin packte mich die Schilderung, wie er vom Geist Gottes ergriffen und bekehrt wurde. Als Oberschüler war er ein leichtsinniger und fauler Bursche. In jener Zeit kam der gesegnete Pfarrer Weigle nach Essen. Er gründete einen Bibelkreis für höhere Schüler. Als mein Freund dazu eingeladen wurde, wehrte er patzig ab. Eines Tages veranstaltete Pastor Weigle mit seinen Jungen eine Schnitzeljagd. Am Schluss versammelte man sich um Gottes Wort. In diesem Augenblick kam ein Freund auf dem Fahrrad vorbei. Neugierig stellte er sich hinter einem Baum und hörte zu. Ihr denkt in der Bibelstände, ihr müsst immer fromm und artig sein. Dann kommt ihr in den Himmel. Der Junge dachte, genauso habe ich es immer gehört. Aber Weigle fuhr fort. Nein, in der Bibel steht, ihr Menschen seid böse, aber ich, Gott, will euch neu machen. Da schrie der Junge in seinem Herzen. Herr, wenn du das kannst, dann lass mich dabei sein. Jetzt sagte Weigle, euch packt ein Schrecken bei dem Gedanken, fromm zu werden. So ist es, dachte der Junge hinter dem Baum. Aber dann hörte er, wenn der Allmächtige Gott in euch hineinkommt, macht er euch nicht zu komischen Heiligen. Im Gegenteil. Er befreit euch von den Verbildungen, die durch die Sünde entstanden sind. Er macht euch zu Menschen nach seinem Herzen. Da schlug ein bei dem Jungen. Er lieferte sich diesen Gottesgeist aus. Das war der Anfang eines gesegneten Lebens. Herr, beweise die Kraft deines Geistes an uns. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. 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 Jesus Christus segne dich.